Das war Berlin-Urkend-Challenge und die Glückwunsch. Alter! So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es ein zweites Video aus Berlin. Ich habe ja schon eins hochgeladen gehabt. Und ja, das Ganze ist entstanden im KFC. War ganz witzig auf jeden Fall. Und jetzt schaut einfach mal, was da entstanden ist. Nicht rumpusten, essen. Hau rein. Ja, mach da ein YouTube-Video dann draußen. Das ist ganz egal. Einfach reinkippen, einfach reinkippen. Einfach. Ah, genau. Jetzt setzt er an. All right. Rein in die Luke. Wer ist nun? Wirken. 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 Essen. Aber auch schlucken, ja. Nicht wieder rausspucken. Schlucken. Wir lassen es nachbrennen. Ne, das braucht ihr ein bisschen. Das ist... Das ist... Zieh mal mit der Zunge stehen über deinen Lippen. Dann brennen die Lippen auch nach. Das habe ich nämlich gerade. Jetzt kommt es noch. Geht noch. Noch gehts? Brennt nur hinten. Zwei Minuten fängt dann zu euch. Ja. Ja. Ne, Mann. Jetzt wird's ihm schon ganz warm. Ja, nö. Wollen wir Sport machen gehen? Was hab ich hier, Alter? Ich habe Trinken in meinem Rucksack, gell? Wir schaffen. Komm mit. Wann nicht? Wann nicht? Kommst du mit? Nee. Alter Mann, wie scharf ist die Scheiße? Ja, hab ich ja gesagt. Ich habe auch schon gegessen, Alter. Ich habe schon das zweite hinter mir. Ah, scharf ist das, ey. Challenge, oder? Hab ich die ganze Zeit gemacht, war ein Fehler. Das ist ja auch kein Wunder. 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 Durchatmen, durchstarten, gell? Ja. Das war die Opium-Soße, Leute. Die ist gut scharf, sieht man in seinem Gesicht. Das ist ja auch kein Wunder. Das ist ja auch kein Wunder. Nö, ey. Glaubt sie. Dann mach mal Abmoderation jetzt. Was? Ja, Leute, der kann ja mehr reden. Mach Abmoderation mit deiner brennenden Fresse. Also, wenn es dir gefallen hat, ich krieg jetzt was spendiert, lass ihn nochmal auf. Nämlich, schau mal. Du, hey, du kriegst jetzt nochmal Opium und Pommes gespendet, oder? Ja. Ich kriege noch Pommes. Nice. Dann lass dir schmecken, Alter. Pommes plus... Was? Ey, ich platz hier. Pommes plus... Also. Jetzt musst du so eine Sonne machen. Hey, schon mit Opium-Soße, gell? Komm mal. Mach mal. Jetzt helfen. Alter, mach mal. Nein. Hey, dann hier deine Augen trippsen. Es brennt noch mehr, wenn da noch was warmes draufkommt. Dann geht's. Dann geht's.